Hey Leute und willkommen heute wieder zurück in einer weiteren Folge von Minecraft Burn MC, dabei ist der Chaos 0442, tschau. Oh, der Flo ist leider nicht dabei. Flo, wie geht's dir heute? Wir haben uns ja länger nicht gehört, beziehungsweise auch länger nicht gesehen, sag ich mal. Ah, das war voll cool, dich nicht auf der Gamescom zu sehen. Es war wirklich was richtig, richtig Tolles. Also Flo, ich bin extra wegen dir nicht dahin ge... Oh nein, Spaß, Leute. Nee, Flo, es war ein bisschen dumm, aber weißt du, wärst du einen Tag früher da gewesen, dann wär ich auch wahrscheinlich da gewesen. Sollte ihr müsst wissen, ich war so am Mittwochabend in Köln, in der Innenstadt, mit Roman war ich dann auch ein bisschen unterwegs, haben wir ein bisschen in Köln angeguckt. Und Lars schreibt mir so, Flo, komm jetzt, in 26 Minuten kommt mein Zug. Ah, ich mein, bis ich da war, hätten wir eine Minute oder so gehabt oder nicht mal, dann wäre es wahrscheinlich, ich gehe gerade weg. Sowas, sowas würde ich doch niemals tun, Joe. Sowas würde ich niemals tun. Ja, bei Roman warst du zweimal, du warst Mittwoch und Samstag da, gell, und ich war halt nur Donnerstag da. Ja, ja, das ist... Ach, Flo, weißt du, wenn du mal wenigstens einen Tag oder sowas so, 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 dich auch an mich gerichtet hättest, weil du sagst so... Lars, Larseru, sei da, wenn du... Larseru, ey, Lars, was hast du von mir? Nein, das hab ich gesagt. Nein, das hab ich mir gesagt. Nein, Flo, Flo, ich werde dich finden. Nein, 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 Lars, Lars, wir gehen zu Gericht. Gericht? Hm, ich mag Gerichte. Lecker Gericht kochen. Apropos, wir müssen demnächst in Dragon eine Gerichtsfolge machen, gell, mit Roman. Ach, stimmt, ja, voll vergessen, ey, wir müssen ja wirklich mal... Ich muss wirklich mich mal hinsetzen, Leute, und muss mal meine Arbeiten hier aufarbeiten. Ich hab... Ich hab zehn Anzeigen oder sowas in Minecraft Dragon, und das ist irgendwie nie irgendwie... Und dann... Und dann hab ich mir gedacht und dann rückwärts eingeparkt, und ja, das war's, ciao. Roman hat's fahrlässig in dein Haus gepupst. Iiii. Das ist ein happiness. Hat... Mist, hot... Mist, nee... Junge, Flo, bist du? Nein, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin wirklich nicht. Aber ich lebe in fünf, und ich hab grad Ultra Angst. Oh mein Gott, Alter. Ja, ich bin auch noch einer von den fünf. Aber hä? Seid ihr irgendwo versteckt oder sowas? Ich... Nein, ich bin gerade oben. Ey, Lars, komm zum Aquarium. Komm zum Aquarium. Aquarium. Alter, ich glaube... Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Muguseggel, Muguseggel ist es. Muguseggel, Muguseggel? Pinker Haare. Pinker Haare. Ey, Lars, wusstest du? Dieser Muguseggel, den wir mal hatten in der Folge, der hat die Folge aufgenommen, wo man mit uns gespielt hat. Echt? Ja, ey, Lars, du bist es. Ich? Ja, oder? Wie kommst du da drauf? Ey, 50-50 schau's jetzt. Muguseggel, Muguseggel. Das wirst du mich niemals wissen. Ich werde dich auch, glaube ich, echt nicht finden, Mann. Ähm... Ich werde dich essen. Lass erzählen mal, was über die Games kommt. Jetzt haben wir ja Zeit. Jetzt wird es mal wieder Zeit, um über die Games kommt ein bisschen was zu erzählen. Flo, ich weiß, wo du bist. Doch, du bist auf der Frauentoilette. Nein! Du bist auf dem Damenklo, doch. Nein! Aber wo? Ja, Lars, ich bin gerade vor einer Stunde erst aufgestanden. Wo, Osti? Ja, aber auf der Stunde, wo wir aufnehmen, ja? Nicht, wo du dieses Video hochlädst. Muguseggel, 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 Muguseggel. Na, sag mal, wie ist es denn eigentlich, wenn man die Videos jeden Tag um 16 statt 14 hochlädt? Florian, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Hä, wo bist du? Ich weiß halt wirklich nicht, wo du bist. Na, sag mal, warum passiert das denn überhaupt? Hast du nicht die Motivation am Vortag oder warum machst du keine Videos? Flo, weißt du, das ist jetzt ein bisschen kompliziert gewesen. Dadurch, dass ich jetzt... Hä? Ich finde dich halt wirklich nicht. Hä? Hä? Hier, mein Kompass sagt mir, dass du hier bist. Oder hier. Hä? Hast du gar nicht. Du warst nämlich eben der... Hä? Ne, du bist Chaos, Joe. Vielleicht habe ich einen zweiten Layer. Hast du nicht, hast du nicht, hast du nicht. Du hast locker Hacks an, du hast locker Hacks an. Hä? Hier wird mir gesagt, dass du hier bist. Flo? Vielleicht, aber nur vielleicht kann es sein, dass du im Fall gestockt bist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist Jason Byrne. Wenn du jetzt hier hinten in der Ecke hockst. Hä? Hör auf damit. Hör auf damit. Es geht weg. Es geht weg. Hä? 8 Sekunden. Ich bin... Ich bin... Ich krieg gerade gar nichts auf die Kette. Nein! Nein! Alter, in der letzten Sekunde. Ich hätte dich sogar... Hä? Ja, aber ich habe... Ich habe die ganze Zeit unten geguckt. Richtig toll. Sag mal Flo, weißt du eigentlich mittlerweile, wann die neuen Maps kommen? Hast du da schon mal irgendwas gehört? So von... Naja. Hi, Pixel... Hi, Pixel... Hi, Pixel, Leru. Lars oder so. Da gibt es immer die frischen Maps. Da gibt es immer die ganz, ganz frischen Maps. Oh. Hi, ChaosFlo 44. Echte... Der echte Flo? Nein, du bist der... Du bist der gefälschte Flo. Schreib, schreib. Nein, bin Faker. Bin echte Lars. Weißt du, wer ist ChaosFlo? Ich glaube, ich mache mal einen Account, den nenne ich ChaosLars44, oder? Wie sieht es aus? Ey Lars, ich hatte bei der Gamescom... Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich hatte... Ich war doch noch am Freitag da. Aber auf beiden Tagen jeweils sechs Stunden Autogramme gegeben. Und da waren wirklich viele mit dem Schrabi-Dabidi-Shirt da. Echt? Oh, das freut mich. Das freut mich, Leute. Es ist in der Beschreibung. Da waren so zb. zwei Schwestern. Einer hatte so ein Starshter, der hat ein Schrabi-Dabidi-Shirt. Hey, saucool. Schrabi-Dabidi. Schrabi-Dabidi. Schrabi-Dabidi-Dabidi-Schrabi-Dabidi. Schrabi-Dabidi-Dabidi-Schrabi-Dabidi-Schrabi-Dabidi-Schrabi-Dabidi-Schrabi-Dabidi-Schrabi-Dabidi-Schrabi-Dabidi. Ey, saucool, Leute. Es gibt wirklich viele Larsfälle. Und es hat mich voll wie wieder gefragt, wann du kommst oder wo du bist oder wo man dich finden kann. Wo kann man mich finden? Ja, der Lars ist leider zu Hause. Hä, stimmt gar nicht Es kam auch mega, mega viele Leute zu mir Und meinten so, ey Lars, ich bin enttäuscht Du trägst eine Hose Und ich so, oh nein Dann einfach so Also wäre ich der Lars, hätte ich die Hose ausgezogen Dann hättest du einfach die Hose ausgezogen Dann hättest du dich rausgezogen Was macht der da Ja, oder Und dann kamen auch welche, die meinten zu mir Lars, ich bin froh, du trägst eine Hose Hast du mir was? Ja, ich hab ein bisschen was aufgenommen Ja, Leute, also wenn ein Monat kommt Also in zwei Monaten, Leute So, wenn keiner mehr an die Games kommt, denkt Und dann so, ah stimmt Ich schenke euch das Video zu Weihnachten, genau Ne, ich hab ein bisschen was schon aufgenommen Und sowas, aber ist halt nicht so viel, weißt du Flo Ich hab meinen ersten Take, den ich aufgenommen hab Pass auf, mein erster Take Den ich aufgenommen hab, war Ich bin mit dem Bus, bin ich ja gefahren Ich bin ja mit dem Flixbus, nennt sich das ja Bin ich mit dem, also Reisebus halt Bin ich an Flughafen von Köln Einen Führerschein Bin ich an den, bin ich an den Kölner Flughafen gefahren Und dann von da, ähm, mit dem Taxi, ja Ähm, äh, zur Gamescom Es ist nicht weit, Leute, also es ist wirklich nicht weit oder sowas War jetzt auch nicht so teuer, muss ich sagen Ich kann mal achten, außer es ist halt ultra heiß drin Es ist, ne, ging voll, ging voll Und dann hab ich mich, hab ich mich da reingesetzt Es ist ein Mädchen Es ist ein Mädel Es ist, sweetie Nicht spoil Oh, du weißt ja nicht, wer das ist Was ist hart Aufpassen, aufpassen, warm, warm, heiß Heiß, 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 heiß Wut, ciao Warte, warte, lass Umdrehen, umdrehen, umdrehen Nein, oh Mann Ich hab geschossen, Leute, ihr habt's gesehen Alles auf Video beweist Ich hab alles auf Bann Innocent, innocent, ja, ich bin ein innocent Innocent, innocent, ja, ich bin ein Ähm, Flo Hast du das mitbekommen, dass ich hier das letzte Mal Dass ich das letzte Mal gestreamt habe Das war so ein, ähm, wie soll ich sagen Hast du das mitgekriegt? Echt? Ja, und ich hab gesagt, du streamst Ja, genau, das hab ich nämlich gesagt So, und das hat auch jeder mitbekommen, dass ich gesagt hab So, hä? Ja, den Flo, pfff, den will ich nicht sehen Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn Oh Mann, Österreich hast du gesagt Hä, das hab ich gar nicht gesagt Österreich, Österreich ist, Österreich ist toll Lars, weil wir uns nicht getroffen haben Lass mal einfach so treffen Lass kommen wir nach Österreich Haha, nein Äh, nein Achso, erschieß ich dich jetzt Wenn du das tust, Flo, dann werde ich dich finden, grillen und essen Hast du's gehört? Ich werde dich umgegrillt essen Ja, okay, gut Ja, dann viel Spaß, ne? Würde ich mal sagen Alter, hier sind sauviele Hier sind sauviele tot, Mann Richtig, richtig viele Warum hol das? Flo, warum kaufst Ach ne, du bist ja, du bist ja Detektiv, ne? Stimmt, stimmt Ja, ich bin Döde, ich bin Döner-Tektiv Mugusäge, Mugusäge Mugusäge, Mugusäge Oh oh, hier sterben schon Achso, guck mal, hier kein Versteck Hier sterben hier, hier sterben schon ganz schön viele gerade Ich bin auf dem Feuer Ey, guck mal, siehst du mich? Warte, was ich eigentlich sagen wollte Ne, ich seh dich gerade nicht, ich lauf hier gerade rum Äh, was ich eigentlich sagen wollte Oh oh, ich glaube, der ist es Ich glaube, der ist es Was ich eigentlich sagen wolltest, ist, dass du deine neue Hose brauchst Äh, äh, was ich eigentlich sagen wollte war Ähm, Flo, hast du's mitbekommen, dass ich demnächst einen 12 Stunden Livestream machen will? Ja, das machst du eh nicht Woh, Flo, wollen wir wetten, hä? Wollen wir wetten Das macht bestimmt 3 Stunden und dann sagt er Ah, Leute, ich muss ja Meine Mutter, meine Mutter sagt, ich muss schlafen gehen Meine Mama hat gesagt, ich muss ins Bett Ja, das sind nur noch wir und zwei andere, gell? Ja, ich war, oh, lol Lol, wer war's denn jetzt? Ich dachte, du wärst es gewesen, Kay Paladin war's Kay Paladin, Kay Paladin Kay Paladin, Kay Paladin, Kay Paladin Kay Paladin, Kay Paladin Also, das ist ja nicht so Vor zwei Monaten, glaub ich, haben wir gesagt Ja, genau Na Teneriffa Und dann haben wir gesagt, ja, nach Österreich Dann haben wir gesagt, ja, äh, okay, Österreich machen wir Und dann hast du gesagt, ja, okay, kaufen wir Lalalalalala Bitte zeig mir das schönste Land der Welt Das hab ich bestimmt gesagt, ne? Oh, Flo, du laberst so'n Müll wieder, ey Ohne Witz Aber, ähm, Leute mal wirklich, ähm Alle Länder sind schön Ich hätt schon Bock da drauf, Flo, mal was zusammen zu machen Aber, weißt du was? Österreich ist so weit weg Und wenn ich damit... Aber, weißt du was? Ich hab irgendwie gar keinen Bock Ja, genau, so Flo, ich hätt schon Bock, aber Ich hätt auch gar keinen Bock da drauf Diese... Das Land würde ich mir angucken, Alter Skeletonskin? Ne, ich bin's nicht, wirklich Ich bin's wirklich nicht, Mann Ich bin's nicht, Mann Warum schreibt der Skeletonskin? Keine Ahnung, ich bin's nicht Ich bin's nicht Ich bin's nicht Lars, warum schreibt der Skeletonskin? Ich bin's nicht, Mann Ihr sterben eigentlich Leute Ich bin's aber wirklich nicht Flo, ich schreite das nicht ab Komm her, hä Ba, 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 ba Ich sterben die ganze Zeit Leute Ja, ich bin's aber trotzdem nicht, Mann Es laggt Es laggt Oh mein Gott, der trinkt gerade eine Hand Krank Oh nein, ich lagge Es laggt gar nicht Doch, aber mein Internet laggt Los, der soll mich... der soll mich jetzt... Ah! Der ist so dumm Der hätt gedacht, ich bin's, aber ich bin's gar nicht gewesen, ey Aber in Wahrheit bin ja ich Ah! Hä? Ich bin's nicht gewesen, bist du tot? Warte, ich guck dir mal gerade zu Wo bist du denn da? YouTuber? Oh mein Gott, Flo, du bist so ein... Hast du Hacks an gerade? Du hast Dings... Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Chaos-Show heiße Auto-Aim hast du an, gell? So ein... Sieht aus, als hättest du Hacks an, Mann, wirklich Mach das mal weiter die ganze Zeit so Alter Alter, wenn du den... Floort Hacks Hack or Die Hack or Die Hack or Die ist installiert Die Leute gucken dir auch gerade so ein bisschen zu, weißt du? Dass du... die... die wollen wissen, ob du... Oh lol Mach mal weiter, mach mal weiter so, dass es... Sieht aus, als... Und ich stell dir mal meine DP hoch Los Ah! Du bist ein Maus und Druck, ey Hacks Warte, ich schreibe jetzt mal... Hacks, warte, Hacks Äh, ich bin Detective Flo, ich bin... ich bin Detective... Lass, willst du den Leuten in der Emblem, was du gerade eben was ansagen hast? Nein Lass, kannst du noch mal kurz wiederholen, was du gerade gesagt hast und nicht ins Video reingenommen hast? Ich hab einfach gesagt, okidoki, ich bin Detective... Nein, das hast du nicht gesagt! Was hab ich denn gesagt, ne? Was? Lass, ich würde mal sagen, bei... Ne, bei 1000 Likes schneidest du das nächste Folge Ja genau, bei... bei... nein! Bei 10.000! Bei 10.000 gefällt mir, dann schneide ich das rein, komm! Ich würde mal sagen 7.500 Ich würde sagen... 70.500, hä? Das schauen wir doch, oder? 4 Likes 4 Likes Äh, Flo, ich hatte grad einfach irgendwie mega den schwarzen Bildschirm gehabt und ich weiß nicht, ob man das irgendwie... Boah, lass, wie oft muss ich noch sagen, du darfst das Kabel nicht ausstecken während du spielst Weißt du, Flo, ich bin am Laptop und du sagst, wie soll ich da ein Kabel ausstecken, hä? Bitteschön Ich muss erstmal meinen Detektivarbeiten nachgehen, der da ist es, der hat schon so rote Augen, der sieht richtig aggressiv aus Der hat einen Keks auf dem Pullover Ich finde es nicht Spaß, das ist so ein Typ, äh, Dings, äh, der hat so ein unterkomisches Gesicht Also du? Komm mal her Es ist ein Hammondau Oder Dabbing Potato Dabbing Potato, 777 777 Oh, lol, lol, hä? Sind die dumm? Haben Wer, wer war das jetzt grade? Äh, dieser komische Typ mit dem komischen Gesicht Der Steve war das, nein, aber Nein, pass auf, ich wurde einfach getötet Mir wurde einfach in den Rücken geschossen Von einem, weil er gedacht hat Ich werde es, aber ich bin's nicht Hä? Hä? Warum hat er das denn jetzt gemacht? Darüber muss ich mich jetzt aufregen Lol, da heißt einfach jemand Arisul Guck mal, siehst du den? Der heißt unterstrich Arisul unterstrich Der Typ, hast du ihn gesehen? Was? Ja, Mann, hä? Sauwitzig Hallo Roman Hallo Roman Lol, alter Mega witzig das Unterstrich Arisul Hä? Sau krass, gell? Gibt's auch unterstrich Lars oder so unterstrich? Ich glaube nicht, gell? Nee, da ist niemand mag dich Where? Ich habe jemanden Where? Hallo? Äh, saucool, Mann, mega witzig, ey Das hat jemand einfach YouTube? Warum? Flor, hast du grad gesagt, niemand mag dich? Du bist so ein... Du bist ein richtiger Arsch, ey Warte, 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 Lars Ich weiß, was es ist Wer denn? Ist es unterstrich Arisul unterstrich? Nein, aber es ist jemand im zweiten Stock Warte Roman ist Roman ist Ne, ich bin innocent, wirklich Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich würde vom Mörder ab Ich sag's nicht, wer das ist Echt jetzt? Dann sag mir nicht, wer es ist Ich möchte nämlich hier mein Gold sammeln mit Ruhe Weiß ich bin nämlich... Lass, ich hätt's dir eh nicht gesagt Ich weiß, wer es ist Ist das Mädel da unten? Ne, ist es nicht Es ist so ein Junge Echt? Stimmt doch gar nicht. Ist ein Paladin? Paladin Bro! Ich habe eine 22% Chance Mörderer zu werden. Hier sind Leute drin, die heißen arme YouTuber. 9 4 0 und dann eine andere Zahl. Arme YouTuber! Arme YouTuber! Oh oh! Oh oh! Flo, ist das Muguseggel da? Muguseggel, Muguseggel, Muguseggel! Der Eresyl! Der Eresyl ist da! Der Eresyl, der Eresyl! Alles Gurke bei dir! Ich bin Mörderer! Kill me! Lassi, Hasi, Spasi! Lassi, Hasi, Spasi! Oh man, ey! Hey Chaos! Ich würde dir einen Türkei machen. Können wir bitte ein Bild machen? Wenn du Zeit hast? Ich bin Mörderer! Können wir bitte ein Bild machen? Oh, Alter, ich habe gesehen, wer Dings ist. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, Muguseggel ist es. Alter, ich glaube wirklich, es ist Muguseggel. Es ist Muguseggel. Muguseggel, 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 Muguseggel. Alter, Muguseggel ist mein Lieblingssegel. Muguseggel. Alter, es sind richtig viele Leute hier unten, Mann. Hast du eigentlich viele Leute auf die Gamescom getroffen, die dich kannten? Ja, mega viele. Extrem, extrem, extrem viele. Ich weiß, was es ist. Extrem, extrem viele sind es gewesen. Wer denn? Irgendwann mit der Kapuze. Muguseggel, Muguseggel. Muguseggel. Muguseggel, hast du gesagt? Ja. Große Seggel. Oh mein Gott, das ist bei mir. Aber ich möchte mich jetzt hier alles nochmal schön dafür bedanken, liebe Leute, für jeden, der da war, für jeden, der Geschenke gebracht hat. Flo, weißt du, dass ich eigentlich einen Affen geschenkt habe? Ich möchte mich bedanken, der nicht da war. Ich habe einen Affen geschenkt bekommen, also einen echten lebenden Affen. Was? Nein. So richtig schockiert. Was? Ey, mir hat einer eine Melone gebracht. Eine echte. So eine richtig fette. Junge, ich habe, keine Ahnung, so viele Bananen geschenkt bekommen. Roman hat richtig viele Gurken geschenkt bekommen, ey. Ich habe sieben Blockies. Einer hat, ähm, Dings, was hat er denn gemacht? So eine Voodoo-Puppe. Was? Von meinem Skin. Echt? Krass. Sieht doch nicht so aus. Aber, ach so. Guck, einer sagt Mürderer, also Lars oder so. Mürderer. Mür... Mähtüre ist Lars oder so, gell. Mürtüre. Are yous Uhre? Oh mein... Schrubbidi-dabbidi? Dabdab, Schrubbidi-dab. Junge, diese random Skins, die so... Kennst du die, die so richtig, äh... Lol, wer war das? Lol. Ey, wer war Mörderer? Junge, jetzt haben die mich einfach gekillt, Mann. Hä, lol, ich habe das ja absolut nicht mitgekriegt, dass jemand mir hinterher gelaufen ist, Mann. Okay, Flo. Jetzt setzt es etwas, weil... Oh, lol, hier stirbt einfach schon jemand. Hä, wie kann denn hier jemand schon sterben? Hä? Lars oder so, Screenshot. Jeje. We can... We can... We... Can... Make... Äh... We can make a build. Ähm... Ja, komm, dann... We can make a build machen und dann, äh... You have got, äh... Spaß... Äh... In... Your Leben. Ja. Ganz genau so sieht es nämlich aus. Ich muss aber nochmal... Ich muss aber nochmal zusätzlich dazu sagen, Leute... Ich mach... Ich mach nur Spaß. Ich mach nur Spaß. Ich denk irgendwie... Oh mein Gott! Ich hab gesehen, wer es ist! Ich bin... Hahahaha... Hahahaha... Ha... Yeah... 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 Wow... 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 Wir bleiben Freunde, was auch einmal passiert! Nö... Nö, wir bleiben keine Freunde... Hm? Wenn du... Wenn du meine Bananen weg isst, sind wir keine Freunde mehr. Deinen Traum, deine Webber... Oh mein Gott! Alter, Flo. Du machst mir richtig Angst. Du machst mir wirklich in letzter Zeit ein kleines bisschen Angst. so jetzt sagt die sechs du bist eine wunderschöne sängerin auf jeden fall flo koko koko der tötet mich jetzt achtung kommt greif mich an ich bin es aber nicht wie heißt er wie heißt er wie heißt der musik heißt der musik ist mörderer mörder ich weiß gar nicht wie der geschrieben wird man ja nur weil er eine kette hat wie kann es denn jetzt schon sein dass sie die leute sterben und aufnahme und aufnahme ne warte flo wie war das damals drei zwei eins ich nehme uff ich nehme uff alter das schon so lange herger das war zwar zwar war das denn so im kindergarten mitte 2000 mitte 2013 oder 14 war 19 19 nun alter was das eine kurze runde das ist sogar ganz cool dass wir mal wieder hier in der dingsbums maps sind hier in der wie heißt überhaupt die märkte wie heißt sie hier noch mal man ich weiß es gerade nicht nehmen wir sie einfach museum das einfach das museum ok echt jetzt die map heißt las ein schlafzimmer las ein schlafzimmer hier da hängen auch affen und so was die an der wand und so das las ein schlafzimmer das stimmt allerdings ja es muss auch da musik 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 ist er da musik 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 ach so oder es ist aus redo strahl oder oder es ist 44 so ag flora so gehört es ist es ist es ist es ist olf olf so ag mann und olf mann rol olf olf das gab es bei dem wonder überhaupt mann roh und wir müssen doch irgendwann machen das rahl rahl ich finde olf richtig gut ey nam wie heißt roman rückwärts mann roh Namro, stimmt, Namro. Mann und Roh. Roh, Mann, Mannro. Achso, Mannro. Ja. Wir haben es so gemacht, wie es besser anhat. Okay, und Sral ist aber auch... Ich weiß nicht, Sral hört sich für dich... Sral so oder... Ne, es ist dein Dings hier, warte. Os, Redo, Sral. Das klingt wie so ein Zauberspruch von Harry Potter. Os, Redo, Sral. Er hat so ein Lestrich-Ads. Ich habe vier Gold, Mann. Ich habe vier Gold. Mogesegel. Echt? Und war nicht die Gamescom auf Roman? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also eigentlich bin ich immer auf der Gamescom auf. Du musst einfach... Du musst einfach so... Das ist so ein Riesengebäude. Und du bist so unter dem Boden, weißt du. Und dann so... Flo? Oh mein Gott. Ja, lass... Wo war denn das? War das irgendwo... Das war ein Timerank, glaube ich. In Timerain war das ruhig... Ich habe mir die Folgen letztens auch mal eingeguckt. Ey Leute, ihr müsst euch mal die ganzen alten Videos von Lars angucken. Vor allem Lars ein erstes Video. Lasst bitte, guckt euch einfach das Video von Lars an. Bitte. Nein, 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 nein. Das heißt... Das heißt Hallo oder so. Guckt euch das bitte an. Oh. Und jetzt erst mal auf YouTube Video löschen. Ich bin hier gerade... Ich gucke dem Mörderer... Ich gucke dem Mörderer gerade zu. Der ist oben. Äh... Ach, das geht aber nicht. Bist du nicht? Oh mein Gott. Wie hat die denn das gemacht? Oder das oder der, die oder die oder wer oder warum? Ich weiß... Ich weiß dieses, 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 dieses. Ja, Steve ist es. Äh, Steve. Äh, Dings. Alex. Alex Morayden ist es. Alter, Junge! Pass auf! Hast du... Hast du... Ich seh das von oben. Äh... Jo Leute, das war's mit der wundervollen Folge Minecraft Murder Mystery, wenn ihr das Ganze gefallen hat. Und ihr mehr davon sehen wollt, lasst doch auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Ich mag Affen und Affen und Affen. Alles gleichzeitig. Und, ähm, das nächste Mal nehme ich das auch komplett alleine auf, ohne den lieben Caoslo 44, weil der Caoslo 44 nervt mich natürlich. Nein, das ist natürlich alles nur Spaß. Ah, das ist der Nächste. Hart, Mist, hart mit. Ciao, Leute.